Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Holler, geben Sie mir Koller. Holler. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier ist. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohren... Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Städtkern. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luft auf dem Führer und sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Städtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie haben hinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!